Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zur Mathematik und der Mengenlehre. Heute geht es ein bisschen um die Operationen, die wir mit Mengen durchführen können. In unserem speziellen Fall werden wir uns auf zwei Mengen konzentrieren. Man kann das aber grundsätzlich natürlich mit so vielen Mengen machen, wie man möchte. Aber es ist wichtig, an sich sind diese Operationen wahnsinnig einfach. An sich ist das ganze Thema nicht wirklich kompliziert. Das Komplizierte ist eher, wie das Ganze mathematisch geschrieben wird. Da muss man sich dran gewöhnen und da gibt es leider nicht wirklich einen Weg dran vorbei. Aber da kann man sich auch dran gewöhnen, das dauert nur ein kleines bisschen. Und genau, wir starten einmal mit zwei Mengen. Das heißt, wir haben hier einmal diese grünliche Menge und die einmal bläuliche Menge. Und naja, da können natürlich alle möglichen Elemente drin sein. Wir werden uns jetzt hier in der Mathematik meistens auf Zahlen beschränken, die in Mengen drin sind. Also zunächst einmal, wir könnten natürlich auch mit Katzen arbeiten, aber es macht die Sache ein bisschen schwieriger. In speziellen Fällen können wir da auch Matrizen oder Vektoren oder was weiß ich was reinpacken. Aber um solche Sachen zu demonstrieren, machen Zahlen einfach am meisten Sinn. Ich habe hier mal ein paar Zahlen für euch vorbereitet, die sinnvoll sein könnten. Und diese Schreibweise, also wenn man das so bildlich darstellt, dann bedeutet es, unsere grüne Menge enthält die Zahlen 1, 2, 3, 4 und 5. Während die blaue Menge hier die Zahlen 4, 5, 6, 7 und 8 enthält. Und wir sehen, es gibt eine gewisse Überschneidung, nämlich die Zahlen 4 und 5 sind in beiden Mengen vorhanden. Das kann natürlich passieren, da gibt es nichts, was dagegen spricht. Und damit kann ich nun arbeiten. Es gibt vier Operationen, also vier direkte Operationen, die man ohne Probleme daraus ableiten kann. Und die wollen wir uns einmal anschauen, vor allem deren mathematische Schreibweise. Wir starten mit dem Durchschnitt. Bildlich gesprochen sehen wir das Ganze auf der linken Seite. Das Ganze wird dargestellt als, naja, eben das, was in beiden Mengen drin ist. Das heißt, diese Fläche hier. Und wir haben eine Art N, nur ohne eben den Strich hier beim N. Das ist ein spezielles Zeichen übrigens, für die, die sich wundern. Das ist kein normales N, das gibt es als separates Zeichen, wenn ihr zum Beispiel Formeln eingebt. Okay, also bildlich gesprochen ist das Ganze relativ leicht zu verstehen. Während, wenn wir hier uns die Definition angucken vom Schnitt, beziehungsweise manchmal wird es auch der Durchschnitt genannt, dann schreibt sich das A, also wenn die grüne Menge A ist und die blaue Menge ist B, dann schreibt sich das A geschnitten B, ist definiert, also Doppelpunkt gleich, heißt definiert, als, so, die Menge aller Elemente X. Ja, diese Klammern, wir kennen diese Klammern von der leeren Menge, das ist eine Menge. Das heißt, die Menge X und für jedes X gilt, es muss in A sein und es muss in B sein. Das heißt, wir bauen uns eine neue Menge aus A geschnitten B, wir bauen uns eine neue Menge, die alle X enthält, für die, Doppelpunkt, für die diese Bedingung hier hinten gilt. Und die Bedingung, die gelten muss, ist, das X muss in A drin sein und, das Dach heißt und, das X muss in B drin sein. So, wenn wir uns das mal kurz angucken, ja, wenn wir diese Zahlen hier nochmal kurz einblenden, dann haben wir die Zahl 1. Wie gesagt, wir wollen uns diese neue Fläche hier bauen und diese Fläche soll aus den beiden Mengen hier Zahlen nehmen, die eine gewisse Bedingung erfüllen. Wie gesagt, die Bedingung steht hinter dem Doppelpunkt und die neue Menge wird abgegrenzt durch diese geschweiften Klammern. Und die Bedingung, die wir hier haben, ist, dass das X in A drin sein muss, das sind all diese Zahlen hier, und das X muss in B drin sein, das sind all diese Zahlen hier. Ja, und anschaulich kann man relativ schnell sehen, 1 ist zwar in A enthalten, aber die zweite Bedingung, 1 muss auch in B drin sein, ist nicht enthalten. Das heißt, 1 ist nicht in der Menge A geschnitten B. Für die 2 und die 3 gilt natürlich genau dasselbe. Die 6, die 7, die 8, die sind nicht in A enthalten, aber dafür in B enthalten. Aber für unsere Bedingung und müssen sie in beiden drin sein. Das heißt, die müssen in A drin sein und in B. Das heißt, die sind auch raus. Für 4 und 5 ist die Bedingung erfüllt. Das heißt, die X, für die gilt, dass sie in A und in B drin sind, sprich, die 4 ist in A und die 4 ist in B drin, die sind auch in unserer neuen gebauten Menge, also A geschnitten B drin. Das heißt, unsere Menge A geschnitten B ist in diesem Fall geschweifte Klammer auf 4,5. Ja, geschweifte Klammer zu. Weil das sind quasi beide Mengen geschnitten. Das sind die Elemente, die in beiden Mengen drin sind. Also eigentlich kann man dieses komplizierte Ding hier auch einfach in unserem speziellen Fall als 4 und 5 bezeichnen. Das ist die Menge aus den Zahlen 4 und 5. Das Problem ist, dass wir natürlich nicht immer wissen, welche Elemente drin sind und teilweise wollen wir das allgemeingültig schreiben und dann haben wir diese wunderschöne oder auch nicht so schöne Schreibweise hier. Übrigens eine Sache noch ganz kurz dazu. Wenn, es gibt natürlich den Spezialfall, dass zum Beispiel hier die beiden Mengen eine leere Schnittmenge haben. Das heißt, A geschnitten B ist einfach die leere Menge. Da ist kein Element drin. Das ist bei uns jetzt nicht der Fall. Aber wenn das der Fall ist, dann heißen die beiden Mengen einfach disjunkt. Das heißt, sie teilen kein einziges Element. Also es gibt kein Element, das in beiden Mengen drin ist. Das ist was, was man häufiger mal in Beweisen braucht. Und da heißt es dann, okay, wenn die beiden Mengen disjunkt sind, dann ist natürlich hier automatisch gegeben, dass die eben bla bla bla. So was in die Richtung. Okay, also das bedeutet, wenn die Schnittmenge hier leer ist, also sprich, wenn kein Element in beiden Mengen drin ist, dann heißen sie disjunkt. Und ansonsten ist die Schnittmenge einfach alle Elemente, die in beiden Mengen vorkommen. Das ist das, was hier steht. Die mathematische Schreibweise ist ein bisschen sperrig hier. Also das ist das Definitions-Icon, um das nochmal ganz kurz zu rekapitulieren. Ich definiere sozusagen A geschnitten B als eine neue Menge. Und diese Menge starte ich mit geschweiften Klammern. Und darin befinden sich alle X, für die eine gewisse Bedingung gilt. Und diese Bedingung ist hier, nämlich X ist Element von A und X ist Element von B. Das ist quasi der Durchschnitt. So, das war die längste Definition, weil wir erstmal die mathematische Schreibweise klären mussten. Ist eigentlich kein Problem an sich. Aber weiter geht's mit der Mengenvereinigung. Und ich glaube, das werde ich tatsächlich hier auf das nächste Video verschieben. Ich glaube, euch brennt schon ein bisschen der Kopf. Ich werde das hier ein bisschen ausführlicher machen. Wundert euch nicht. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.